Fröhliche Weihnachten! Für euch und eure Familien! In the middle? Someone in the middle? We can all see the faces! Can they give us a scar? Der erste Satz wäre dann, Hallo Fans, natürlich freuen wir euch alle schöne Weihnachten! Ich muss mir den Satz überlegen! Wie viele Stunden? Hallo Fans, wir wünschen euch natürlich auch noch alle... Nein? Hallo, hallo! Schönen Weihnachten! Ja, euch auch! Wir haben auch schon was für Outtakes! Danke! 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 Okay, auf drei? Das ist nicht schwierig! Okay! Was für ein Pitzchen? 1, 2, 3... Merry Christmas! Merry Christmas! 1, 2, 3, 4... Boen, 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 boen! Frohlich Kerstfeest, ja? 3, 2, 1... Frohlich Kerstfeest! Wir wollen euch und eure Familie! Yay!